Mein Name ist Brotleissack, ich bin mit dabei in der Zimmernstoss und wir haben heute hier in der Lundnergaufe im EWZ ein Brechner, das erste und hoffen, dass wir da viele Leute noch kommen und dass eine Patronomie mehr oder weniger gehoben werden. Bis später Morgen bis 8 Uhr haben wir Beise ab und die Damen, die spielen werden, hoffen wir, dass sie recht interessant sind. Also der Schiedsrichter bin die Obrach und Reck und Hündergasse, wir sind auch eine Initiative, die viele Veranstaltungen machen, heute helfen wir halt aus als Schiedsrichter. Die schauen halt noch besser. Das mit rechten Dingern so geht im Prinzip. Man kann sich bis zu vier sogenannte Marschall kaufen, das heißt Eintrittskarten oder Spiel. Dann spielen die Spieler gegeneinander, der Verlierer gibt den Sieger beim Marschall und kommt mit zwei Marschall in die nächste Runde zum nächsten blauen Marschall. Und das geht dann so weiter. Bis heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und vorhin genauso entspannen wird.